Kalt! Ich glaub ich hier... Ja übertreib doch mal! Oh ja! Geht aber gut! Geht aber gut! Weißt du, warte mal... Wo ist denn... Warum hast du so ne Röntgenlampe? Hab ich gefunden, ist einfach nur ne grüne Lampe! Das dachte ich mir schon! Dann mach ich jetzt hier mal mein Lagerfeuer hin und jetzt singen wir das Lagerfeuer-Lied-Lied Setzt euch ans Lagerfeuer! Lagerfeuer-Lied Aber ich geh auch wieder hoch, das wird so gefährlich hier unten Das L-A-G-E-E-R-F-E-U-E-R-L-E-E-D-Lied Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit Darum singt es noch ganz einfach mit Also noch weiter runter will ich hier echt nicht, das ist mir ein bisschen zu äh... Ne, da geh ich lieber oben mal nach rechts Ja, ich bin auch nach rechts gegangen Und äh... Warte mal, nein lieber nicht! Weißt du, wo lang jetzt? Links und dann hoch? Ja, ne? Oh, ihr habt ne Kiste gefunden! Jetzt hat ihr da schon ne Kiste gefunden, meins Ich hab die Fackeln nicht wieder mit Bone... Ich hab Bone Door Blueprint und Bone Table Blueprint Wow! Da haben wir, oder? Ich geh jetzt wieder hoch Ist mir echt zu kalt, hör mal Ja, aber hier, hier in dem... In dem lilanen da ist warm Hier in dem lilanen da ist warm, sacht er Ja klar Ja, wie soll ich das sonst sagen? Ja, weiß nicht Überflutung! Du Ochse Oha, selbst nicht schon wieder Reiß dich doch mal zusammen, Mensch Ständig bestrollt Ständig bestrollt er sich Ihr seid, ihr seid zurückgegangen Ne, wir seid hochgegangen zum lilanen Wo das lilanen anfängt, nach dem Wasser Ich weiß gar nicht, was da so schwer ist Achso, da, okay Gut, gut, gut Da wo lila ist Ja, okay und dann da rechts Lila Ja, ich hab's Lila Warte Guck mal, wie behindert ihr seid Ihr macht gar nicht die Dinger kaputt Oh Mach nicht weiter, der flutet sich nur wieder Peter, ich glaub wir brauchen bald mal einen vernünftigen Server Ich mein, es geht einigermaßen Das liegt aber an dem Spiel, nicht an der Server Ja, ja, natürlich Der ist auf meinem Rechner Ja, ich weiß, dass der auf deinem Rechner ist Deswegen sag ich doch, dass der scheiße ist Ja, wo willst du denn dann machen? Achso, das ist das komische Ja, haben wir gemacht, war noch schlimmer Also Die haben alle das Problem momentan mit der Version Okay Na gut, da müssen wir einfach ein bisschen abwarten und Tee trinken Ja Los, hol den Kupfer da oben, hol den Kupfer Hol den Kupfer Schwer, wenn das auch einfach geht, hör mal So ist viel geiler, guck Oh, hier unten wird da wieder ein bisschen kalt Also auf meine Höhe, der ist schon wieder vorbei Da wird schon wieder frostig Ne, da hab ich keinen Bock drauf Gleich wieder hoch, ne Ich warte hier nach rechts, komm Warte nach rechts Einfach nach rechts Einfach nach rechts den Rahmen Guck mal, siehst du, geil, ne? Ja, ja, oh Boah Alter Wuh Jawoll Geht ja direkt gut ab hier Wird hier zerklötet Wird hier zerklötet Wieviel Pixels habt ihr? Oh 185 440 Oh, sauber, dann macht Freaky gleich was Ne Oh, Diamant, ja 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 Oh Oh, ja Haben wir schon ganz viele von Weg, ne Wie du nicht, da bleibt auf meinem Schiff Ich geb dir gleich Ja klar gibst du mir die Diamanten So, sieht halt aus Oh Gott Kimi, wie kalt Was ist das hier hier behindert? Ihr lasst die ganzen Dinger hier liegen, ey Oh Was klauert ihr keine Pixels ab? Warte mal kurz Oh, wird kalt, wird kalt Oh, hier ist richtig viel Eisen Keine Sorge, ich bau da nur ab Ich will nur mal gucken, ne? Ja, er baut mich zu Halt, stopp Halt, stopp Jetzt baue ich So Nix dran rütteln Ob ich hier bis unten nicht Aua Warte statt denn Ich gefriere Oh, ich lasse das Wasser ab, schade Silverohr Du bist doch ein Huson, ey Das kommt schon schnell raus Das ist kalt Ja, schade Oh nein, das macht Geräusche, wie mir kalt ist Nicht sterben, nicht sterben Ich krieg Gefrierbrand Du hast doch ein Fell, warum hältst du nicht mehr aus? Ja, ne Ja, ne Oh, der Beschiss Direkt mal, direkt mal Weckredchen Den Bank melden, dem Affe wird kalt Obwohl der einen Fell hat Alter, alter, alter Ich habe noch einen lustigen Hammer gefunden Eine Kiste, die lustig ist Hammer Time Ey, Alter, warum findet ihr denn Kisten? Oder sehe ich die noch nicht? Siehst die noch nicht? Du bist an der einen Dick vorbei, ey Krass Weil ich das so wie es ist, ne? Ey, ich kack den Teich Komm hier nicht raus Haha Du musst dich doch nur durchgraben Oh, jetzt ist es mir kalt Ja, aber wenn ich nach einem Block abbaue und dann auf einmal wieder einfriere, dann ist das nicht so lustig, weißt du? Dann dauert das ein bisschen Wir haben dich auf Eis gelegt Hammer Hammer Oh Dürbt man sofort, wenn man da zu kalt ist, oder friert man richtig ein? Äh, ich glaube du stirbst einfach langsam Genau, baut ab ihr Knechte Bau ab hier So, Gold nehme ich auch noch mit Ich nehme nur die Pixels mit Haha Da Guck mal Was ist das denn für komische Pflanzen hier? Direkt mal abbauen Knochen Knochenpflanzen Haha Okay Wie viel Kohle habt ihr eigentlich? Nicht Wenig 23 130 Reich zum fliegen Ja? Glaube ich nicht Ich flieg gleich weg Nichts du Affe Lass euch einfach hier Hahaha Der Junge erst mal das UFO, wat? Wat fehlt dir noch so? Hose was hier in die Brust, oder? Ähm Ja Und die Scavenger Helm Hose haste Ja Wann die Pilze eigentlich essen? Hose habe ich Wann die Pilze eigentlich essen? Vielleicht kann man die Braten Hose Aua Okay Da kommt man nicht mehr lang Probier das gerne, ob ich die Pilze essen kann Ne, kann ich nicht leider Ja, aber auch noch ein bisschen Kohle Das wäre eine voll große Nahrungsquelle, so Aber ansonsten, ich glaube bisher können wir nur das Fleisch essen, ne? Ja Vielleicht müssen wir ein paar Blueprints finden Du Prinzen Du Prinzen Du Prinz Ich geh jetzt gleich schon mal nach oben, weil ich glaube jetzt haben wir wirklich genug Sag ich jedes Mal und dann fehlt uns wieder wat Oh, Eieieiei Oh, Eieiei Jimmy Blue Ochsenknecht Prinzen Ich hab hier auch noch Musik volle Beatles und so Genau, ich mach das hier voll zu, glaube ich Hast du da auch noch was von Jimmy Blue? Ja, volle Beach Boys hab ich ACDC hab ich Oh, warte mal, ich bin gestorben Oh oh Also ich kann, also wie war das mit ich soll craften? Äh, ja warte, können wir jetzt zusammen machen, was denn das war hoch? Ich guck mal wieviel ich noch hab Ich wüsste wie man hochkommt? Weil die Chessplate hast du gar nicht, oder? 328 hab ich noch Sehr gut Chessplates hab ich gar nicht Ich hab nur Apex Navy Jacket hab ich an Ähm, Freaky, dann bau du mal die Kupfer Chessplate Ja, komm, ist in Ordnung du Affenmensch, schreib mich nicht an hier Oh mein Gott Und wenn du kannst, hat Scavenger danach So, das heißt, was brauch ich dafür? Eine Chessplate von euch, ne? Und dann Nee, hat ja noch gar keine Also mach, du kannst ein Chessplate bauen, ne Kupfer Wo war man denn Kupfer? Wir sind voll die Extreme Dinosaurs Untere Erde, hör mal Hört sich an wie so eine schlechte Nachmittagsendung auf RTL 2 Nee, gut Extreme Dinosaurs Gab die Serie? Ja Gab es? Ernsthaft? Kennst du das nicht? Nee Ich hab was Was? Das war, das war, das war, ich weiß es gar nicht Ich glaub, das war so eine Zeichentrickserie War da nicht auch sein Lead bei Extreme Dinosaurs? Ja Ach, scheiße Ach, scheiße Ich hab aber auch noch ein bisschen Da müssten wir wohl einschmelzen Und dann können wir das Beacon bauen und die Station fürs Schiff Das Beacon habt ihr immer noch nicht gemacht? Nein, wir wollen noch mit alle Mann Achso, okay Oder mit den meisten Mann Chris ist ja heute nicht da Mit den meisten Mann Wie, diese Blueprints Muss ich die einmal lesen Oder was mach ich mit denen Oder? Die musst du in deinem Raumschiff Da ist so ein Gerät dafür Okay Kann die aber auch bei Peter reintun, ne? Bei Peter kann die auch reintun, ne? Naja, müsste eigentlich klappen Tue ich die jetzt rein hier? Bist gleich da, Sebastian? Ja, ich brauch hier noch ein bisschen Ich bin grad am Laufen Bist jetzt oben? Bist jetzt oben? Gleich Hui Ich bin oben Wo tue ich die rein, Peter? Die Blueprints Wo tue ich die rein? Ja, hier meine ich hier In den Kasten Und dann gibst du Tech ein Äh Requiem for a dream Ich meine aber Du musst die anklicken Einmal oben in der Leiste Und dann einmal klicken Oh ja, warte mal Ich seh keine Ich seh mein Mein ganzes Interface ist grad aus Bei Ach, da ist es wieder So meine Herren Jetzt wird geschmolzen Platinum Ohr Boah, ich hab wieder Voll viel geiles Zeug Der Platinum hab mich auch Rechts irgendwo schon reingetan Ah, hier ist Gold drin Alles klar Ja Extreme Dinosaur Extreme Dinosaur Smelt Was das? Silver? Achso, Silver, ne das ist falsch Hallo Ähm, Sipst Gib mal dein Kofferzeug Ja Oder pack das mal da rein Ah ja, bin grad dabei Na toll Alle besetzt Alles klar Alles klar Ich hab jetzt Ich hab die Chematics da jetzt gelernt Ah, sehr gut Schauber Guck mal hier Ich hab sowas voll cooles Zum dekorieren Ich hab hier so ne Super sexy bone chest Schaut mal Super sexy bone chest Ah, da oben, geil Okay, baut einer Okay, baut einer die Copperplate Oder die Kann der was ja jetzt auch selber machen Ne? Ja Aber ich hab 35 Hab ich auf Tasche Aber ich hab jetzt die Ach, da ist Copper Okay Dann mich halt mal da raus Pack noch was rein Mölzerd auch So So Ey Peter Ja Bauen wir doch irgendwo so ne Holzplattform hin Wo ich noch so ne Kiste drauf stellen kann Hier auf die rechte Seite gerade bei dir da Also hier, hier so hin So, weiß nicht Achso, warte Ähhhh Wie du das links hier auch gemacht hast Nur auf der rechten Seite halt hier noch oder so Ah, ja nochmal, noch eine So, Copper chest Ah, okay Zack So, die haben wir jetzt Jetzt ziehen wir die noch an Nein, mach Scavenger raus Scavenger Scavenger? Wo mach ich die denn? Ja, im Amboss Und dann machst du deinen Helm auch zu Scavenger Scavenger? Scavenger? Also ich find da nix mit Scavenger Ganz unten Ich tu die Coder mal hier um den Heizofen rein Ne, da hab ich defekter Defekters chest guard Und defekters mask Und defekters pants Hä? Also hab ich schon gute Rüstung an Wo habt ihr das, wo habt ihr das Copper hingetan? In die Kisten rein hier? Ja hier rechts neben der Ist, 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 hast du denn dann schon die nächste Stufe Oder was hast du dann an? Ich weiß nicht, also Ich hab diese, diese Scavenger Hier gar nicht in der Liste drin Und was für Rohstoffe ist das, was du da bauen kannst? Ähm, ja ich brauch die Copper Grease Und dann brauch ich Eisen Ja, dann mach das doch Das ist doch die nächste Stufe So Ich brauch aber erstmal das Kupfer jetzt Ich brauch aber erstmal das Kupfer jetzt Dann kann ich das noch craften für euch Ja, das was denn hat er schon Hat er schon Achso, okay Ja prima Da brauch ich den Beacon Wo ist Eisen? Wo ist Eisen? Wo gibt noch Eisen? Ja hier, Iron Bar 81 Stück sind in der rechten grünen Kiste drinne Oh, da ist auch noch was im Ofen drinne Hab ich gar nicht rausgeklaut Hab ich aber auch genommen Ich hab noch die Hälfte gekriegt Mit TF? Warum? Ich hab mir ja nur die Hälfte genommen Achso Aha Aha Hier, er ist auch noch Er ist auch noch nett Das ist ja eklig Wo ist denn der Beacon, Mann? Ach hier So, warte ich mal Die defektes Pens hab ich an Jetzt brauch ich Defektes Mask Aha Okay, dafür brauch ich Extreme Dinosaur Ja, scheiße, dafür fehlen mir die Pixel Guck mal, seh ich nicht geil aus Für die Brustplatte fehlen dir die Pixel Wie viel brauchst du? Ähm, ich hab Ich hab 88 Braucht glaub ich 350, oder? Ich hab 328 Fuck Ja, aber Pass auf, was geht Ich geh Ja, reicht Ja, aber kannst du mir deine Pixel geben Ich glaub nicht, oder? Nein, das geht nicht Ja, pass auf, dann geh ich runter Fahr mir jetzt noch schnell bis 350 hoch Und dann mach ich die Und dann mach ich das Und dann mach ich das